Guck dir vielleicht in diesem Zusammenhang mein letztes Video an zum Thema Widersprüche und deren Wichtigkeit. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist ein Hinweis und ein deutlicher Hinweis und es gibt weitere Hinweise und es gibt auch weitere Veröffentlichungen. Und wir gucken uns gleich das ein oder andere an, werden aber auch einen Blick auf Hinweise werfen, die nicht unbedingt in diesem Zusammenhang präsentiert werden und nur von denen bemerkt werden, die eben an Stellen auf das Geschehen blicken, die für die meisten nicht interessant genug erscheinen. Kommen wir gleich dazu. Die Vorstellung, dass eine solche Meldung wie die, die wir eben gesehen haben, eine Art Sturm in den Medien auslösen müsste, ja, diese Vorstellung hast du hoffentlich schon längst hinter dir gelassen. Es gibt viele Dinge, die geschehen sind, viele unglaubliche Geschehnisse, von denen wir in den Medien relativ wenig zu lesen bekommen. Aber ich bin der Auffassung, dass wir auch dort bereits etwas erkennen können, das uns einen Hinweis liefert auf eine massive Veränderung, auf das Erreichen eines sogenannten Meilensteins. Ja, von so einem Meilenstein spricht man immer, wenn ein bestimmter Abschnitt beispielsweise bei einem größeren Projekt abgeschlossen ist und dadurch eben auch ein neuer Abschnitt begonnen werden kann. Also es ist etwas erreicht worden und jetzt geht es mit dem nächsten Schritt weiter, der eben diesen abgeschlossenen, vorangegangenen Schritt zunächst einmal braucht. Und dann spricht man eben sehr häufig von so einem Meilenstein. Ja, welcher Meilenstein könnte dort jetzt gerade abgeschlossen sein oder abgeschlossen werden, das haben wir im Grunde genommen eher bereits zu hören bekommen. Auch wenn wir es an anderen Stellen noch nicht in dieser Deutlichkeit wahrnehmen können. Ihr wisst das bestimmt besser als ich. Oder ihr habt ja auch viele da auch kennengelernt aus diesen Kreisen und alles. Auch selber. Und ihr wisst bestimmt das alles. Ich habe bestimmt sowieso keine Ahnung. Ja, mag sein. Und vielleicht habt ihr sogar euch damit. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ja. Und das ist ein Ding. Da sehe ich tatsächlich... Wie soll ich das jetzt sagen? Eine Gefahr. Nicht von der sogenannten Impfpflicht. Ja. Sondern ich habe das Gefühl, dass es hier langsam... Ja, jetzt nicht das totale Ende oder jetzt das richtige Finale. Sondern sagen wir mal wie in so einer Serie. Vielleicht das Staffelfinale oder so, ja. Also was diese Geschehnisse angeht, die sich jetzt abspielen. Also das da schon, dass bald zu einem Höhepunkt kommt. Ja. Ich habe ja mal irgendwann gesagt... Beziehungsweise... Ich hatte immer einen Kommentar geschrieben. Und... Ich glaube, das habe ich sogar mehrfach mal erwähnt. Aber ich glaube, in der Sendung... Weiß ich nicht, ob ich es da schon mal gesagt habe. Aber... Da ging es nämlich darum... Ja, das war irgendwie vor ein paar Monaten oder so. Gleich so vor... Vor zwei, drei Monaten. Wo ich mal irgendwie... Kommentiert habe... Ich gebe dem System... In seiner aktuellen Form... Also wie das jetzt ist... Noch circa... Sechs bis neun Monate, wenn überhaupt. Und da könnte ich verdammt richtig gelegen haben. Vielleicht aber auch verdammt falsch. Wir werden es sehen. Ja. Und... Auch mal die Sendung gucken. Schöne neue Welt. Denn da habe ich ja angeschnitten. In welche Richtung es da gehen könnte. Und ich denke, dass man da auch die meisten dann wieder einfangen wird. Also spätestens dann. Und diejenigen, die doch kritisch sind... Oder da nicht drauf einfallen... Da gibt es auch dann... Möglichkeiten. Wieder Angebote denen zu machen. Guck dir vielleicht... In diesem Zusammenhang mein letztes Video an... Zum Thema Widersprüche. Und deren Wichtigkeit. Aber nichtsdestotrotz... Ja. Es ist ein Hinweis. Und ein deutlicher Hinweis. Und es gibt weitere Hinweise. Und es gibt auch weitere Veröffentlichungen. Und wir gucken uns... Gleich das ein... Gleich das ein oder andere an. Und wir werden aber auch einen Blick auf Hinweise werfen, die nicht unbedingt in diesem Zusammenhang präsentiert werden. Und nur von denen bemerkt werden, die eben an Stellen auf das Geschehen blicken, die für die meisten nicht interessant genug erscheinen. Kommen wir gleich dazu. Die Vorstellung, dass eine solche Meldung wie die, die wir eben gesehen haben, eine Art Sturm in den Medien auslösen müsste, ja diese Vorstellung hast du hoffentlich schon längst hinter dir gelassen. Es gibt viele Dinge, die geschehen sind, viele unglaubliche Geschehnisse, von denen wir in den Medien relativ wenig zu lesen bekommen. Aber ich bin der Auffassung, dass wir auch dort bereits etwas erkennen können, das uns einen Hinweis liefert auf eine massive Veränderung, auf das Erreichen eines sogenannten Meilensteins. Ja, von so einem Meilenstein spricht man immer, wenn ein bestimmter Abschnitt beispielsweise bei einem größeren Projekt abgeschlossen ist und dadurch eben auch ein neuer Abschnitt begonnen werden kann. Also es ist etwas erreicht worden und jetzt geht es mit dem nächsten Schritt weiter, der eben diesen abgeschlossenen, vorangegangenen Schritt zunächst einmal braucht. Und dann spricht man eben sehr häufig von so einem Meilenstein. Ja, welcher Meilenstein könnte dort jetzt gerade abgeschlossen sein oder abgeschlossen werden, das haben wir im Grunde genommen eher bereits zu hören bekommen, auch wenn wir es an anderen Stellen noch nicht in dieser Deutlichkeit wahrnehmen können.